Ja hallo und willkommen zurück bei Nachtmastraum mit Secret of Mana und wir sind jetzt hier fertig mit der Demon Wall, also mit dem Wandgesicht. Jetzt müssen wir glaube ich so langsam geht es jetzt Richtung 4 Jahreszeiten bald. Ach dann halt nicht. Okay, in Doftbora sind wir frei, super, alles toll. Echt jetzt? Ich stecke hier fest. Aber ich muss nach Norden raus, das ist noch ein Tempel, ne? Aber auch nicht. Wann geht's doch, ne? Wann ist das? Shima! Ach, ja. N-U-U-Ka. Suki-O-Tanatos ist ein Mensch der Königreich-Kurte. Der Königreich-Kurte ist ein Mensch der Königreich-Kurte. Der Königreich-Kurte ist, dass der Königreich-Kurte kommt. Der Königreich-Kurte ist, dass der Königreich-Kurte kommt. Der Königreich-Kurte ist, dass der Königreich-Kurte kommt. Und dass der Königreich-Kurte kommt. Dass ich zum Wassertempel zurück muss, ist klar, das weiß ich noch, aber Tempel in den Tiefen kann ich mir jetzt gerade daran erinnern. Jetzt grabe ich gerade den langen Weg, der kurze ist nach Norden. Das müsste so sein. Ich bin jetzt ganz irre. Okay, jetzt zum Quelldorf, ich verlaufe mich hier immer wieder. Da oben ist ein Kanonentyp, der kann mich hinschießen. Wer kann mich rüberballern? Ich vergesse immer, dass da vorne so ein gelbes Ding ist, womit man sich über den Abhang teleportieren kann. Hey, lass mich mal an das Schild. Wassertempel, such dich doch, dann werden wir ja auch zum Wassertempel. Ich wusste ja, haben wir noch zum Wassertempel gehen. Und da war auch... Da ist auch der Wucherkater, ich wusste auch, im letzten Part habe ich ihn gesucht, der war direkt von meiner Nase. Ich verlaufe mich jedes Mal hier in der Gegend. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kommt es noch ein Endplus. Aber zumindest mal bald. In Gaias Nebel? Da soll ich jetzt hin? Gab es da noch was? Also ich habe jetzt gerade wirklich einen kleinen Blackout. Was den Verlauf des Spiels betrifft. Ich dachte eigentlich, ich kenne den Weg innen und außen, wenn ich bis zu dem Punkt, wo man den kleinen Drachen findet. Aber scheinbar habe ich mich da wirklich geirrt. Weg mit der. So, erstmal zum Superkater ein bisschen Geld ausgeben. Ich kaufe mir Honig und Walnüsse bei ihm. Mach mir die Taschen voll. Ja. 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 Ja, übernachten tun wir auch gerade, wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind, übernachten wir natürlich auch. Ja. 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 Das ist die Tiefe in der Mühre. Ammo habe ich gerade einen falschen A-B-A. Ammo habe ich gerade einen A-B-A. Ich wollte eigentlich zum Kanonen-Fritze. Hinten rechts ist einer. Dass ich mich immer hier verlaufen muss. In dieser Gegend verlaufe ich mich ständig. Absolut unmöglich. Nein, du Wassertempel! Ich bin wirklich verdrückt. Dann schießt er mich zum Wassertempel. Also auf die andere Seite der Karte. Wo ich eben schon war. Darf ich den ganzen Milch nochmal laufen? Na, so kann man auch Zeit schänden. Hier war ich jetzt gerade. Und als wieder hier runter. Hallo. Geht mir aus dem Weg. Einmal schön im Kreis geschossen. Da müssen wir hin. Jetzt stimmt's wieder. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit überlegen. Was das nochmal war. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit überlegen. Ich glaube ich bin drauf gekommen. Ich glaube da unten ist dieses komische Schiff mit dem Robotergegner. weiter. Ich bin jetzt hier. Ist schon wahnsinnig lange her. Ich weiß es nicht mehr. Da wartet auch schon Victor auf uns. Ich habe recht, das ist dieses blöde Schiff. Aber die Musik hier ist cool. Und da ist ein Ort drin, ganz genau. Ich wusste ganz genau, dass da ein Ort drin ist. Oh, das ist ein Wasser! Du, woher hast du? Du hast auch sehr gesehen, dass du diesen Schiff des Geheimdienstes gefunden hast. Gehen wir zurück! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Ich bin der Welt, der Schiff des Geheimdienstes. Ich bin der Schiff des Geheimdienstes. Der Roboter, der super-special-Delux-Goye-Robot. Der Name ist der Mütter-Guardian-Robot! Ich- Wirklich! Na gut, ich bin der Schiff des Geheimdienstes! Sieh! Jetzt kommt der Roboter. Der kann nämlich alle in Mugel verwandeln. Er hat so einen Mugelschlag. Ha 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 ha! H-h-h-h-h-h! H-h-h-h-h! Was ist das? Es ist ein bisschen viel Energie, und es ist nicht möglich. H-h-h-h! Was ist das? H-h-h-h! Wenn du siehst, dann kannst du dich wegwerfen. Dann kannst du dich wegwerfen. Ja, jetzt ist man die Falsche. Schön, alle durchfallen. Hey, mugelt der mich einfach. Ich bin kaputt jetzt. Oh, oh, wieder gemogelt. Kommt man nicht nachher sogar so ein Hammer? So ein Mugelschlag, ne? Warum greift sie eigentlich richtig an? Geht doch. Kaputt. Sehr schön. Man denkt immer kurz an der Stelle, dass das Spiel abgestürzt wird, was so lange dauert. Jetzt haben wir den Manasamen wieder und bringen direkt mal zurück zum Wassertempel. Und dann weiß ich auch schon, was als nächstes passiert. Jetzt muss ich ja noch die Waffen verbessern. Haben wir jetzt so viele Orbs bekommen. Wieder einmal. Das war's schon. Ne, war noch ein. So, dann auf zum Wassertempel. Und dann sind wir noch mal durchschlagen zum Kanonenmann. 6,86. Dann müsste er nicht direkt zurückzogen. Das war ein schöner Kripp. Das war's schon. Führt kaputt. Schön. Brems Maßenstube ist auch noch gestiegen. Mit langsam Zeit, die mal umzustellen, weil normal hab ich die immer aufhalten. Also, dass sie ihre Attacke aufladen. So hatte ich es mal früher immer. Ob es das immer noch lohnt, in dem Teil weiß ich nicht. He he he. Herzlich willkommen. Wo geht's? Wasertempel natürlich. Auf zum nächsten Boss. Da kommt ganz bestimmt einer. Klaatsch. Schön eingeschlagen. Wie eine Bombe. Warum haben sie das nur weggemacht, dass man auf die Karten zufällt. Das war so schön immer gemacht. Voll daneben. das sind ganz schön viele ja ich kann auch erst noch durchheulen das ist noch gut meine willklinge muss immer übertreiben doppelt getroffen jetzt krieg ich gerade mehr damit als besetzt im ganzen spiel überhaupt dabei ist ja gar nichts großartiges so ein kleiner minibus was fliehen nein Herr Röntgen! Ach, Lusarca zu retten. Geh, Lusarca! Geh! Dann gehen wir her. Jede ist mein Zehn. Ich könnte auch verletzen, seine Schüsse nicht von hier. Wir weren't hier! Dann würde ich jetzt lachen. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich werde mir ein Pferd mit mir und ein Pferd mit mir. Ich werde mich nicht entschuldigen. Oh, Säure, der macht viel Schaden. Die Säure-Attacke, die macht immer richtig übelst, wenn er. Wenn er da seine 5 Minuten hat und die schön sparen, gibt es auch übelst, wenn er. Hör auf damit! Macht viel Damage, der Herr. Muss das sein. Hm, hab ich mich grad nen richtigen Augenblick gehalten. Boah, schon wieder. Sparen, das macht doch nichts anderes, ne. Na. Ja. Hör auf, sich zu heilen. Ja, mach lieber Gift aus. Ja, mach lieber. He, der macht nur Aoe-Sprung. Wieder Säure-Sturm. Ja, ja, kein nix anderes außer Aoe-Attacken machen. Ich denke, der kann mich ja mit beeindrucken oder so. Das ist ja auch nicht. Schon wieder ein Säure-Sturm. Ich kann wirklich nichts machen. Ich war sicher, früher konnte sich das Spiel merken, welchen Zauber ich jetzt benutzt hab und hab immer automatisch auf dieses Menü zugegriffen. Es geht kaputt, Mensch. Ich kann schon nicht mehr haben. Schon wieder ein Säure-Sturm. Es wird doch nur mit viel empfehlen. Weil, soweit ich mich erinnere, haben die Gegner alle eine begrenzte Anzahl an empfehlen. Oh, jetzt ist er aber aufgeregt. 54. Einmal zungen. Gar nichts mehr. Hätte ich mir den MP mal noch aufgeladen. Okay, aber könnte doch knapp sein, okay. Muss ich denn nicht heilen? Mein Damage-Output wird hoch von der Rüst. Oh, echt, ey. Wenn man weiter so ins Spar-Bett hat ein richtiges Problem. Was ist denn? Ja... So, da muss es nicht enden, ne? Ich hätte mich wohl besser ein bisschen mit Proviant einlegen sollen. Komm schon. Ach, endlich. Oh, er zählt er her. Ich bin gar nicht so zäh in Erinnerung. Bravo. Na, er hat uns ja kaum was gekostet, wie ein bisschen Bonbons. Nichts Schlimmes. Versiegel in den Samen. Erneut. Geschafft. Feitschenohr behalten. Erneut. Ja. Ja, jetzt geht es als nächstes in den Vierjahreszeitenwald, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe ihn geliebt. Aber an der Stelle noch eine Pause. Im nächsten Part geht es dann weiter im Vierjahreszeitenwald. Nehme ich mal an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bye.